Melanie Müller schafft es nicht raus aus dem rechten Sumpf Erneut ist ein Video aufgetaucht, das die Ballermann-Sängerin in angeblich rechtsradikalen Kreisen zeigt. Dieses Mal als Zuschauerin bei einem Free-Fight-Kampf. Organisator Steffen S. soll fest im Rocker- und Hooligan-Milieu verankert sein, berichtet Spiegel Online. Er ist demnach der vermummte Kampfrichter in dem Video, soll sich das Tattoo eines NS-Reichsadlers tätowiert haben. Der Kampf fand demzufolge am 14. August auf dem Hinterhof eines Metallhandels im Leipziger Norden statt. Im September waren zwei Videos von Melanie Müller von einem Auftritt vor der Hooligan-Truppe Rowdies Eastside aufgetaucht. In einem feuert Müller die Meute mit dem Schlachtruf Ostdeutschland an, hebt dabei immer wieder den rechten Arm. Das Video vom Free-Fight-Kampf ist einen Monat vor dem Hitler-Groß-Eklat entstanden. Laut Veranstalter soll Melanie Müller spontan zum Kampf gekommen sein, dem Spiegel sagte sie, sie sei begeisterter Box-Fan. Die Veranstaltung sei ihr und ihrem Management als Charity-Veranstaltung verkauft worden. Von Verbindungen in die Nazi-, Hooligan- und Rocker-Szene wisse sie nichts. Von Verbindungen in die Nazi-Veranstaltung ist ein Monat, von Verbindungen in die Nazi-Veranstaltung befindliche Alterung.